So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von OMSI 2, den Omnibus Simulator. Wir befinden uns in Dellerstraße und wir fahren jetzt den Rückweg und wir fahren jetzt die Linie 761 von Dellerstraße zurück nach Niederberg zum Klinikum. Ab in den Bus reingeht es, starten wir den Motor. Und dann holen wir mal langsam einen Fahrplan. So, die Fahrt beginnt ab 16.20 Uhr. Das kann ich mal soweit schildern jetzt. Ich hatte auch mal wieder überlegt, mal wieder RTL Radio zu hören, mal wieder Radio und alles. Aber das muss ich mal wieder ein bisschen lauter machen hier, die Dinge. Hört sich ja nicht so laut an. Ja, das ist mir egal, ob sie so bleibt oder nett. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. So, ab 16.20 Uhr beginnt die Fahrt. So, das ist mir mal vor. Schon wollen keine mit. Naja gut, was soll's. Was soll's, wenn das so bleiben wird. Naja, was soll's. Oh, jetzt hab ich gemerkt. Diesmal hab ich's gemerkt jetzt. So, dann machen wir die Tür zu und dann geht die Fahrt los. Erst halt die Stille war Deller Straße. Jetzt ist ja wieder alles leise, ey. Irgendwie will der das heute nicht. Ich kann nix hören hier. Ich hör so nix. Na ja, gut. Ich frag mich auch warum. Naja, was soll's. Naja, was soll's. Dann soll das halt so bleiben. Wenn euch dieses Video gefällt, dann schreibt's mir bitte in den Kommentare und dann werden wir auch weiteren Let's Plays zu Omsi 2 machen. Monarch. und dann freut es mir jetzt weiter. Der Bass. Dann geht es weiter. Immer gleichzeitig weiter. Oh, cool. Take good care of my baby. Den Basicäusch ist jetzt kaputt. Josef Lass Hasta Baby factile K Internet. Na ja gut, dann sei es halt so. Hallo, guten Tag. Oh ne, ich muss das alles lauter machen, ne? Na ja gut, hallo. Na ja, ein Salz halten. Just tell her that you love her, make sure you think it'll hurt in everything you say it'll do. Oh, take your camera on my baby, don't you ever make a cry. Bevor ihr jetzt grad in den Kommentar schreibt. Hey, wie könnt ihr, wo könnt ihr da genau, wo kannst du da RTL Radio hören, wo kannst du RTL Radio finden, wo kannst du radio.de finden? Bin ich mal gut gespannt, wie viel jetzt in den Kommentar schreiben. Wo kannst du denn hier Radio hören? Oh, man dreht. Geh mit. Hi. Können wir mal wieder Scheibe sauber machen. So. Ahem. In der nächsten Folge versuchen wir aber auch mal wieder auf der Karte Sitting in die Linie 661 nach Reimannsweg zu fahren, wenn das geht. Und wenn da immer noch ein Fehler bei der Bereitsprüfung kommt, dann geht das nicht. Na gut, dann nimm ich den Bordstein mit. Bin doch wurscht. Na ja, gut. Wurde ja gut gewackelt hier. Hi. Hat's gut gewackelt, ey, der Bus. Also wirklich, was ist heute los? Christuskirche. Und mal fortkannst du? Ja, man weiß, der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der ist da seine Führerschaft. Manfred, halt's Maul, sonst kannst du aussteigen. Manfred, halt's Maul, sonst kannst du aussteigen. Manfred, ich warne dich, wenn du noch einmal meckerst, Manfred, dann kannst du aussteigen. Manfred, ich warne dich, wenn du noch einmal meckerst, Manfred, dann kannst du aussteigen. Mal wahr,zei mal's schon haben, sonst kannst du aussteigen. Zum Beispiel. Wie der Gelenkbuss Sitaro. 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 Wohlinge so fährt man den Bus aber den überholt jetzt wir machen das Spiel, das Rennen wer als Erster schnell links oder rechts abbiegt, also wer als Erster schnell abbiegt der hat gewonnen auf die Plätze, fertig, los! Hi, ich hab das Rennen gewonnen, ich hab das Rennen gewonnen ich hab das Rennen gewonnen, ich hab das Rennen gewonnen ich hab das Rennen gewonnen bin ich gut oder bin ich gut, der Beste hab gewonnen Guten Tag Guten Tag ich hab das Rennen gewonnen ich hab das Rennen gewonnen ich hab das Rennen gewonnen um angenehm k ich glaube ich muss noch mal im Option gehen, noch mal ich muss noch mal hier, glaube ich hier in Ballschreibergänge in Parasithet Ich kann das mal kurz machen, dann seht ihr, da bewegt sich die Kamera so, anstatt dass die Kamera sich da eben auch so bewegt, ne? Jetzt hab ich das mal kurz geändert hier, dass die Kamera sich dann so bewegt, anstatt dass sie sich anders bewegt und alles. So, hier ist Fellbert Postamt. Busbahnhof Fellbert Postamt. Guten Tag! Guten Tag! Hallo? 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 Upsala! 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 So Hallo Hallo Guten Tag Guten Tag Hallo Schönen guten Tag wünschen Hallo Hi Hallo Hallo Ja ich schaffe So bestimmt schaffen wir das jetzt Bestimmt schaffen wir das Das müsste gehen Das müsste gehen jetzt Ja das haben wir geschafft Das sag ich doch mal was drauf Hallo Hallo Manfred Guten Tag Guten Tag Guten Tag Am Buschbär Beim nächsten Mal versuchen wir noch mal in die Linie 661 zu fahren Ich hoffe das klappt diesmal Ich hab hier auch ein Info von RTL Radio Also dieses RTL Radio Info Das mich auch erschreckt Also diesen Horror Info Diese Horror Intro beziehungsweise Ein Intro was mich schrecklich macht Das kann ich euch jetzt mal zeigen Wie sich das jetzt anhört Das zeig ich euch mal jetzt Kann ich mal gern zeigen Oh Oh Das kann ich doch mal zeigen Wie sich das anhört Das mach ich jetzt doch mal Hm Jetzt hab ich gut Angst gehabt ey Gut erschocken Alter Ist die Tür auf Oder ist die Tür auf Die Tür ist auf Alles vergessen Ja Jetzt kam mir so ein RTL Radio Nee Warte Jetzt kam mir so ein RTL Radio Dingsbums Und da hab ich mich erschrocken Das auch wenn ich immer Dann Von der Schule nach Hause gehe und alles Da kommt auch so ein Intro Aber am Anfang des Horror Intros Das was sich ganz anders anhört hier Großen Horror Film ey Horror Intro Von RTL Radio Video Dingsbums Dingsbums Tara Dingsbums U Da war ich schon mal gut erschrocken. Na ja, war's toll. Jetzt sprue ich froh, dann war's falsch, dann guckte ich erst mal. Jetzt fangen Sie da ein. Ja. Das hab ich gesehen. War ja klar. Hallo. Hallo. Ich hab mir 661 nach Reimannsweg gefahren. Wenn da jetzt keine Fehler bei der Bereichsprüfung kommt, dann funktioniert das. Aber wenn dann immer noch ein Fehler bei der Bereichsprüfung kommt, dann geht das nicht. Na ja. Was soll's. So, Radio Mama wieder aus. Dann wären wir mal für diesen Fahrt heute fertig, für diesen Episode. Ja, alles abgeschlossen. Fahrplan, alles abgeschlossen. Das liegt jetzt wirklich an der Tür. Oh, guck mal da, da wollen wir mit dem welche aussteigen, ey. Guck mal da, ey. Alter Falter, ey. Alter Schwede. Ja. 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 ăier da lassen. Und dann werden wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Let's Play. Euer Brian Bausch. Ciao, tschers.